Moin, Pflatzen, hier ein kleines Transfer-Update. Bremen hat Interesse an Maximilian Mittelstädt. Die wollen die nächste Saison verpflichten, da dann sein Vertrag ausläuft vom 25-jährigen Spieler von Hertha BSC. Dann möchte Bremen ihn ganz gerne unter Vertrag nehmen. Ganz genau, es ist dann noch nicht raus, nur dass sie bis nächstes Jahr warten wollen, da er nun ablösefrei ist. Und er scheint auch nicht ganz abgeneicht zu sein, so heißt es. Man wird abwarten, ob Bremen ihn nächstes Jahr erholt. Ciao, ciao.